das ist ein fertigungsband und ich dachte du liebst fleisch lokales netzwerk verbundene geräte übernehmen ich schalte das fließband ein um den weg frei zu machen so so was haben wir noch Ok. Ok. So. Ok. Vergeschlagen. So. Nochmal. Wo waren wir denn? Neue Kompilierung. Dann gehen wir mal an das Gerät. So. Mhm. Ok. Wollen wir mal schauen. 55 E9 Wollen wir mal schauen. Mhm. So. Dann haben wir. Wo haben wir denn noch was? Interessant. Das müssen wir mal alles erstmal abschauen. Mhm. So. Kaffeemaschine. So. So. Was haben wir denn noch? Wenn man erstmal muss man alles schön vorbereiten, ne? Ah, den Raum haben wir da. So. 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 Was haben wir denn noch alles hier? Wollen wir erstmal gucken, was es hier so gibt, was man sehen kann. So. 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 Wollen wir von hier an sehen können. Aha. So, dann gehen wir mal weiter. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wo sind wir denn jetzt? Ach nee, Leute, interessant. So. 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 Kameras! Oh. so mhm ok na dann sind wir noch mal bisschen vorsichtiger ist nur eine Frage der Zeit ist nur eine Frage der Zeit kann man raus aus hmm kann man raus aus hm weil er sich denn jetzt wieder versteckt ok ok okay okay Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, okay, dann. Mh 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 Na wow Mh 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 M saw Moment, ich schläge nach. Ja. Na. Keine Ahnung mit wem du dich anlegst. Keine Ahnung mit wem du dich anlegst. Na. Dann haben wir uns mal hoch. Keine Ahnung mit wem du dich anlegst. Keine Ahnung mit wem du dich anlegst. Dann komm mal auf! So So Kollege So, weg bist du Und was haben wir hier noch? Ich finde eine Möglichkeit Brick zu befreien Interessant Okay So Das ist die Kamera komplett aus So Haben wir dann hier noch eine Leiche So Brauchen wir mal benutzen So Geales Netzwerk Überwachungssystem Schauen wir mal So Dateien Okay Notizen Und deswegen Aktiv Okay Nachrichten Okay Nachrichten Okay So Brick hat jetzt Hausarrest Der Code ist 9 6 9 1 So 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 So